Willkommen zurück zu Driver San Francisco, Kapitel 7, alles geht. Wir brauchen dich, Tanner. Wir brauchen dich. Was zum Teufel? Okay. Okay, wir haben hier unser beliebtes Rennen. Ich glaube, Tanner wacht einander auf, kann das sein? Zielflagge. Die beiden schon wieder, geil! Ihr letztes Wort ist, sagt Jericho, dass er sich die Kohle in den Arsch schieben kann. Haha, sein Gesichtsausdruck! Naja, wir fahren Rennen, um nicht kriminell zu werden. Und für die College-Güttel. Wenn wir das gewinnen, legen wir eine Million auf die Bank und sind weg. In Sicherheit! Ihr seid doch verrückt. Wenn euch ein so gefährlicher Mann einen Job anbietet, sagt ihr Ja und dann rennt ihr weg. Gerade dachtest du noch, ich wäre witzig. Du bist ein Vollidiot. Und ich muss das Rennen gewinnen, um euch zu retten. Wieder! Der Wagen ist okay. Du kannst ihn aneinandernehmen, John. Geh'n kümmern's. Ja, aber wenn ich den Wagen auseinandernehme, soll ich schon erst nach... Superfunker! Oh ja, na toll. Ah, wie der Mann, die Dinger, die man manchmal auf einmal so aus... Ihr seid doch verrückt. Ausschlagen. Wenn euch ein so gefährlicher Mann einen Job anbietet, sagt ihr Ja und dann rennt ihr weg. Gerade dachtest du noch, ich wäre witzig. Du bist ein Vollidiot. Und ich muss das Rennen gewinnen, um... Ach, Mann, was soll denn das? Ich hätte nur 50 Franken, sag' ich. Oh, dieser Rentinger, ne? Wenn euch ein so gefährlicher Mann einen Job anbietet, sagt ihr Ja und dann rennt ihr weg. Gerade dachtest du noch, ich wäre witzig. Du bist ein Vollidiot. Und ich muss das Rennen gewinnen, um euch zu retten. Wieder! Ich glaube auch, 2-3 hätte Istanbul, Nizza und New York als Kulisse. Das war echt geil. Es hat nämlich drei Kulissen gegeben. Das war echt geil. Gehen weg, bitte schön! Über was das Reden wir warten. Weil es ist nicht sehr gut gealtert, gerade weil... Unglaublich! Wie, ihr zweif! Das ist das letzte Mal, dass ich euch raushaue. Das letzte Mal! Oh ja. Ja. Verdammter Arzt, alter Pinne. Warte, vorsichtig. Vorsichtig jetzt fahren. Ah, dieses Auto-Kontrolle zu halten ist echt ne... Kunst. Ist egal, letztes Rennen! Letztes? Bist du zu... Ja, ich bin zufrieden mit unserer Position. Halt die Klappe und lass mich fahren. Ich finde die Geschichte irgendwie ziemlich cool gemacht. Und deswegen fesselt ich wieder Scam. Leise! Und deswegen finde ich das Scam auch so geil. Deswegen fesselt mich es auch. Das ist ja das Rennen und natürlich auch die Story. Ich finde die... Ja, das war so klar. Die Embala. Das war so klar. Weiter... Oh, jetzt! Ich komme nicht weg. Danke. Wow. Oh, du kannst echt Fisch haben, ne? Okay, komm. Deswegen werden wir hin. Wir sind nur gut fahren. Also nicht die Sondra. Oh Gott. Aber es macht irgendwie Spaß. Es fesselt. Ich sehe, bitte so... Eigentlich wollte ich auch erst wieder ein paar Tagen aufnehmen. Driver. Ich dachte aber so, komm. Machst du heute? Hast gerade Zeit? Ist gerade geil. So, Driver. Weißt du? Das ist einfach der... Ich schätze, jetzt darf ich optimistisch sein. Ich bin immer optimistisch. Das stimmt nicht. Hey, wenn ich fahre, stimmst du mir zu? Ja. Ja. Der Fahrer. Ja. 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 Oh Gott. Das war knapp. Ah. Ja. Ja, gerade geht's wieder. Wir haben's fast geschafft. John Tanner, du bist der Beste. Was? Wie bitte? Nun, Mann, ich sag's dir. Du bist der Beste. Ich bin auch so gespannt, wie es, wie das ausgeht. Also, wie das, wie das enden soll. Weißt du, bei solchen Games bin ich halt immer so unfassbar gespannt, wie sowas enden soll, weil sowas immer so übernatürlich ist. Ich liebe sowas. Ich liebe übernatürliche Games. Ich hab da echt so nix in mir. Ich mag sowas total gerne. Obwohl ich mittlerweile immer sehr... Noch ein bisschen, John. Tenner noch was und wir... Hab ich mich verhört? Tenner noch was. Obwohl jetzt rennen wir easy. Das war's easy rennen. Konnte man gut mitnehmen. Ah. Und auf der Zielgeraden. Und... Sieg! Ich wohn! Gut. Jetzt Flugtickets und dann ab ins College. Übrigens, gib mir meinen Bruder zurück. Such dir einen eigenen Körper. Enteigene Schlachten. Was hast du gerade gesagt? Okay. Sind wir schon so bekannt, oder was? Mhm. Ganz für die neuen... Für die neuen Show... Der Blitz trifft nicht zweimal, Jack. Und wenn wir weiter Mist filmen, wird der Sender Amerikas allerbeste Verfolgungsjacken 4 nie kaufen. Hey, ich wollte es Arschlöcher auf der Straße nennen. Wenn wir jetzt nicht ein paar gute Unfälle drehen, dann können wir uns von unserer Karriere verabschieden. Na, dann sorgen wir doch mal dafür, ne? Ich höre schon ein beliebiges Fahrzeug. Ich höre schon in der blauen Zone. Ich höre schon... Hey, 11, 10 Meter? Warte, warte, warte. Soll ich driften. 30 Meter lang. so wer mag einen kleinen klaps auf die stirn okay und halt zusammenstoß auch gut hier läuft hier nichts bei einem von euch steigt gleich die versicherungs prämie fühlst du dich schwach natürlich es ist natürlich klar im ding wo denn wo denn jetzt die autos da ist ein auto ja ich weiß nicht machen 16 es war doch das war doch im ding aber ja natürlich war es also nicht wenn wir uns die kiste so drauf hat er wurde 10 und halbster am sturm natürlich klar hallo 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 ist ein verarschen ja toll ich ich schätze aus dem pilot film machen die keine serie okay wer mag einen kleinen klaps auf die firmen das war ein guter zweck hallo wo war denn da war noch ein auto ach man diese blöde blaue zonen sie ist das auch überhaupt jetzt nicht verarschen oder wo ist der wagen hin wie ist er war denn jetzt weg alter was ist denn das siehst du auch wo ist jetzt hier ein auto ja ja ich sehe man sieht es auch ganz schlecht wo ist jetzt hier ein auto jetzt hier gar kein drin hä warum muss man eine blaue zonen machen da kann wir doch noch eine blaue zu machen nein nämlich irgendwie eine hübsche weil sie irgendwie so ist bisschen aber siehst ja dass die leute mal einholen wenn noch gar keiner drinnen ist das bescheuert ja toll aber kann er drinnen was ich jetzt machen wer mag einen kleinen klaps auf die spiel das war auch frontal zu sagen nein das ist kein von teils am schluss gewesen nee gar nicht nein spür das war ein von teils am schluss ist rücksichtslosen aus material okay wer möchte ein knöllchen da wäre ein sport war ganz gut ja ich werde ich ja nicht mal das war ein auto was das ding auch fährt das qualitätsfernsehen okay wem steht der sinn nach bleifuss ja aber von auto was schnell ist und das war und dann immer gut jemanden im gegenverkehr zu erwischen da man deline verkehr kann gucken was ich drauf hab gehen wir mal auf 160 in gegenverkehr erzähl mal deine geschichte ich wurde als mann geboren mit 160 in den gegenverkehr das mache ich doch jeden tag ich möchte ich mich gegen das ist ziemlich aufregend das wird noch aufregender was ist denn da jetzt falsch das oder das ist der gegenverkehr das ist der gegenverkehr das nenne ich fernsehen den kopf in der nähe mit den jungs in blau kops kamera action und wohl des kopfes dubi ist ja keine kopf sind ja und hier ganz kurz ja aber wenn ja keine kopf sind wieder ja nachdem ist gut wohl die sind ja keine kopf ja toll was soll jetzt machen der seine blöde blöde mission irgendwie ja ich sorge dafür dass die zuvor es mit noch zwei sein natürlich weil ein kopf nicht warum ich wusste dass die irren von kristo mich nicht denken lassen abgedreht schön mit dir zu arbeiten das war erst der anfang marie diese show wird der hammer ok na gut war jetzt irgendwie nicht so meint ah gut es war auch eher ein bisschen eher aufgelackt bei manchen passiert halt das andere gut ähm die überschub alle lk haben wir schon mal gemacht hör mal das können wir nicht wir können wir verloren unsere abzeichen weil wir das richtige tat jetzt ist es mir klar wir müssen zu rächen mehr was rächer wir fahren ins industriegebiet und bringen es zu ende machen den rest der medikamente platt und den bastarden das geschäft kaputt ok werden wir zu rächen im zivil ok ok ja du hast mich überredet hab ich ja holen wir die gefälschte medizin von der straße jetzt kommen wir die neue fratze des gesetzes rächer bulle mir gefällt freischaffende ordnungshüter besser brauchen wir kostüme das war verdammt richtig na gut dann machen wir es nochmal das ist jetzt der wir schon mal gemacht haben jetzt ist es gleich das ist das 2-3 folgen gemacht haben argus ah schon befriedigt nicht ganz genau das wollte ich hören ich krieg noch einen herzinfarkt wenn du sowas magst klar jetzt wird sich der wagen hallo ne auch genau wie letztes mal wieder so ein truck verfolgen wir diese berechenbaren pillen fälschenden ah ne brauchen ein motto fahr nicht zu auto ne keine ahnung also ja gut das ist ein anderes auto aber ok wir haben schon ja ok ist halt auch so lang ich hätte mir jetzt achso auf zeit achso ist es nur schwieriger achso das gleiche ein bisschen normal gemacht mal ein bisschen äh naja ja natürlich mein Lkw ist hier hinüber ups im Ernst ach nicht wo waren wir noch? bei Freude an der Arbeit die in der im im es von in der in der die 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 bei die 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 das Kaputt machen ist immer schöner als der Papierkram danach. Ja, es wird immer besser und besser. Also, wie lautet der Plan? Weißt du was? Verfolg den. Verfolg den erstmal. So ist es richtig. Wenn du da hinfahren willst, genau. Damit wir auch entgegen der entsprechende Gegenmaßnahme einleiten. Jetzt fügt er bestimmt irgendwo ab. Oder auch nicht, weil er dumme ist. Ja, das ist dumme Bequem, ich glaube. Aber vielleicht wird es jetzt ein wenig ungewöhnlich. Noch ungewöhnlich. Ja, außer, ähm, es stört ihn nicht, wenn ich das, wenn ich auch nur mal ein bisschen zerbeule. Ja, das war an alle. Das glaube ich auch. Jetzt zufrieden? Ja, noch besser, wenn ihr ein gutes Motto einfällt. Aber ja, gute Arbeit. Nice. Gut, dann würde ich sagen, wir machen jetzt eine Nebenmission, die Tendermission machen wir in der nächsten Folge. Oh no. Verdeckt. Entkommen in den Kopf. Was denkst du dir denn, Phil? Aber wir haben doch die Disc, oder? Wir sollen ein verdecktes Ermittlerteam sein. Und du rennst mitten über die Bühne und klaust dem chinesischen Botschafter seine Aktentasche, während er eine Rede vor einer Schulklasse hält? Äh, ich hab irgendwie improvisiert. Mit deinem Arsch hast du improvisiert. Aha. Du bist improvisiert. Vielleicht schlecht, aber improvisiert. Wir müssen die Cops abhängen und einen Unterschlupf erreichen. Oh, okay. Ja, ich sag immer, was man hat, das hat man. Ja. Was, der Herr, warum bleib ich denn gegen die Wand? Ich weiß. Aber sie können nicht sehr gut um die Gegenwehr, ja gut. So, die Gegenwehr wäre überhaupt nicht klar. Ist aber oft so bei KIs. Weil oft im Rennspiel ist es tatsächlich so, immer im Gegenverkehr. Ja, außer natürlich, da bin ich mir jemand so richtig doof rein. Aber einfach nicht, dass du so was dummes machst. Aber ich hab die, ich hab die, oder? Ja, ja, die hast du. Herzlichen Glückwunsch. Und du hast die Standarddefinition für verdeckte Ermittlungen neu geschrieben. Ab jetzt versteht man auch nicht. Eine Verfolgungsjagd mit schweetschenden Reifen und Klasse-Karambolagen. Ach, wird schon. Ich muss die Cops ablenken. Wir haben alles tausendmal erzählt. Es bringt nichts am Unterschlupf, die gesamte Bullerei der Stadt im Schlepptau zu haken. Okay. Das macht mir auch keinen Spaß, Leute. Ach, was sein muss, muss sein. Oh, ja, als ob ich... Ja, toll. Ich brauche halt immer wieder neue nach. Das ist gut, Flynn. Wir hängen sie ab. Aber wie lange genug? Erbt scheinbar dumm. Gott, das will, das war knapp. Okay, ich hab mir gedacht, dass ich irgendwann mal auf bin. Gott. Dann würde ich sagen, auf nach, ähm... Ja, wo bin ich eigentlich, ähm... Ja, zum Zielort. Kein Problem. Easy peasy. Erfrore, dass du mich hast. Ah. Was der andere sich dabei gedacht hat. Hm. Was der andere sich dabei ist, war das ein relativ einfaches Kapitel. Ja, dann war das ein easy Kapitel. Geil. Easy Kapitel. Mal wieder ein leichtes. Cool. Verdammt, wo kommen die denn her? Hm, da ist was faul. Wir wurden gelinkt. Von wem? Spielt keine Rolle. Es wird Zeit, Plan B aufzurufen. Plan B. Hey, Don. Komm, Junge, heb ab. Heb ab. Wen rufst du an? Pst. Ah, Don. Hör mal, wir werden verfolgen. Wir sind heiß. Ich brauche Eggers. Wir fahren gerade eben auf den Freeway. Danke, Don. Entschuldige dir was. Eggers? Ein mobiles Versteck mit elektronischen Gegenmaßnahmen. Wir fahren rein und schwupp, wir existieren nicht mehr. Don schickt die Koordinaten auf mein PDA. Achso, ich muss da reinfahren. Okay. Machst du das absichtlich? Jetzt. Halb und halb. Aha. Sag mir, sag mir, das ganze Training und all das Schwarzgeld gut. Was ist denn noch? Was ist denn noch? Was ist denn noch? Was ist denn noch? Sag mir, das ist doch teuer. Mach auf mich zu veräppeln. Und wer die Drops los? Er soll sich jetzt loswerden oder da reinfahren, um loszuwerden. Aber das ist immer so undefiniert, ob ich das so nicht machen muss. Die Falle auch mal hinterher. Ich glaube nicht. Ob geht das jetzt oder nicht? Ein paar Optionen. Regel Nummer 1. Hab immer ein Assen-Armel. Zwei in den Socken und noch eine Handgranate in der Unterhose. Wie, 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 wie geht das denn? Wie grüßt ihr das denn mit dem Püssen? Ja. Was mach ich denn? Was, der Truck? Und was soll das bringen? Ah, verstehe. Warum keinen? Ganz genau. Heidewitzka. Du weißt. Im Hand- und Drehen von Super-Losern zu Superhelden. Alter. Es klappt. Ja, dazu. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht's weiter. Hiermit Let's Play. Brothers and Francisco, ich hab mir jetzt gefallen. Beim nächsten Mal. Gucken, was da passiert mit Tenna. Bin gespannt. Bis dann.